Heute zeige ich mal, wie man in After Effects einen Responsive Designer stellt. Ich habe hier eine Animation. Und wenn ich jetzt den ersten Bereich und den letzten Bereich schützen will, dann gehe ich hier rechts auf meine Notiz, ziehe mir eine Notiz rein, dann öffne ich die Notiz mit Doppelklick, dann gebe ich bei Do einfach mal hier 10 ein und dann klicke ich hier unten bei Responsive Design auf Geschützte Region. Okay, und jetzt sehen wir diese blaue Fläche, die die Animation schützt. Ich kann jetzt hier meine Notiz verschieben und ausziehen. Jetzt habe ich den linken Bereich geschützt. Dasselbe mache ich auf der rechten Seite. Notiz einfügen, Doppelklick, 10 und hier Geschützte Region, okay. Und dann einfach den Bereich nach rechts ziehen. Und das war es auch schon fast. Danach gehe ich hier rechts auf neue Komposition mit der rechten Maustaste, erstelle mir dann eine zweite Komposition. Dort ziehe ich meine Animation rein und jetzt sehen wir unsere geschützten Bereiche 1, 2. Und wenn ich die Animation jetzt auseinanderziehe, dann sehen wir, bleiben die geschützten Flächen gleich. Das war es. Danke fürs Zusehen und Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020